Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Fehlfunktion des Kraftstoffstandausgangskreises Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Diagnosefehlercode DTC, der für viele OBDI-Fahrzeuge gilt, ab 1996, dies kann Fahrzeuge von Saturn, Ford, GMC, Mercedes-Benz, Holden und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, Obwohl genau, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren, ein gespeicherter Code P0656 bedeutet, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM oder eine der anderen zugehörigen Steuerungen eine Diskrepanz im Kraftstoffstandausgangsstromkreis festgestellt hat, die Kraftstoffstandsanzeige ist ein integraler Bestandteil der Instrumententafel, Damit kann der Fahrer den Kraftstoffstand des Fahrzeugs beim Betrieb des Fahrzeugs überwachen, typischerweise empfängt das PCM ein Signal vom Kraftstoffstandsensor im Kraftstoffspeichertank, mit diesem Signal kann das PCM den Kraftstoffverbrauch berechnen und den Kraftstofftankdruck sowie die Kraftstofftemperatur überwachen, Diese Daten werden verwendet, um die Kraftstoffzufuhrstrategie des Motors zu berechnen, und dann wird das Kraftstoffstandausgangssignal an die Kraftstoffanzeige und oder die Instrumententafelsteuerung geliefert, Es kann auch an die Lampe für niedrigen Kraftstoffverbrauch und andere integrierte Steuerungen ausgegeben werden, wenn bei der Überwachung des Kraftstoffstandausgangskreises ein Problem festgestellt wird, wird ein Code P0656 gespeichert und eine Störungsanzeigelampe Miel leuchtet möglicherweise auf, typische einfache Messgeräte, was ist der schwere Grad dieses DTC, ein P0656 sollte als mäßig eingestuft werden, da dies zu Problemen mit der Kraftstoffanzeige und oder dem Fahrverhalten führen kann, und ihnen möglicherweise das Benzin ausgeht, was sind einige der Symptome des Codes, Zu den Symptomen eines P0656 Fehlercodes können gehören, Kraftstoffstandanzeige nicht funktionsfähig Die Lampe für niedrigen Kraftstoffstand funktioniert nicht Die Lampe für niedrigen Kraftstoffstand leuchtet weiter Probleme mit dem Fahrverhalten des Motors Kraftstofftemperatur Kurz kurz des Verdunstungsemissionssystems Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein, Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen dem PCM und der Instrumententafel oder anderen Steuerungen PCM-Programmierfehler Fehlerhafte Steuerung oder PCM Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0656? In Ihrer Fahrzeuginformationsquelle finden Sie technische Service-Buildtanks, TSB, in denen der gespeicherte Code, das Fahrzeug, ja, Marke, Modell und Motor und die angezeigten Symptome nachgebildet sind Wenn Sie das entsprechende TSB finden, kann es hilfreiche Diagnoseinformationen liefern Ein Diagnosescanner und ein digitales Volt-Ohmmeter sind erforderlich, um einen Code P0656 genau zu diagnostizieren Eine zuverlässige Quelle für Fahrzeuginformationen wird ebenfalls benötigt Schließen Sie zunächst den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss an und rufen Sie alle gespeicherten Codes und Standbilddaten ab Sie sollten diese Informationen aufschreiben Falls sich der Code als zeitweise erweist, löschen Sie nach dem Aufzeichnen aller relevanten Informationen die Codes und testen Sie das Fahrzeug, falls möglich, bis der Code zurückgesetzt wird oder das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt Wenn das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt, ist der Code intermittierend und noch schwieriger zu diagnostizieren Der Zustand, der zur Lagerung des P0656 geführt hat, muss sich möglicherweise verschlechtern Bevor eine genaue Diagnose erreicht werden kann Wenn der Code andererseits nicht zurückgesetzt werden kann und keine Fahrsymptome auftreten, kann das Fahrzeug normal betrieben werden Wenn der P0656 sofort zurückgesetzt wird, führen Sie eine Sichtprüfung der systembezogenen Verkabelung und Anschlüsse durch Kabelbäume, die vom Stecker getrennt wurden, sollten nach Bedarf repariert oder ersetzt werden Wenn Verkabelung und Steckverbinder funktionsfähig erscheinen, verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um die entsprechenden Schaltpläne, Steckerseitenansichten, Steckerbelegungspläne und Diagnoseflussdiagramme zu erhalten Wenn Sie die richtigen Informationen erhalten haben, testen Sie mit Ihrem DVOM den Kraftstoffstandausgangsstromkreis am entsprechenden PIN des PCM-Steckers Wenn kein Ausgangssignal für den Kraftstoffstand festgestellt wird, vermuten Sie, dass das PCM defekt ist oder ein PCM-Programmierfehler vorliegt Wenn am PCM-Anschluss ein Kraftstoffstandausgangssignal festgestellt wird, testen Sie den entsprechenden Stromkreis, wie dargestellt, am Stift für die Kraftstoffstandanzeige des Instrumententafelanschlusses Wenn das Kraftstoffstandausgangssignal nicht erkannt wird, liegt ein offener Stromkreis zwischen dem PCM und der Kraftstoffanzeige in der Instrumententafel vor Reparieren oder ersetzen Sie den Stromkreis und testen Sie ihn erneut Wenn ein Code P0656 gespeichert ist und die Kraftstoffanzeige und die Lampe für niedrigen Kraftstoffstand betriebsbereit sind, vermuten Sie ein defektes PCM oder einen PCM-Programmierfehler Redaktion Untertitelung des ZDF, 2020